Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war eine sehr, sehr geile Runde. Freunde, wenn ihr Bock habt zu supporten, lasst mal gerne ein kostenloses Abo da. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr Bock habt, nur an die, die wollen, ist komplett freiwillig, monetär supporten, okay? Wir bieten hier eine Kanalmitgliedschaft an auf YouTube. Kostet 3 Euro, ne, 2,99 Euro. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Ansonsten lasst gerne auch ein Like und einen Kommentar da, okay? Ich sag Küsschen, bis zum nächsten Mal. Wir sind schon wieder drin hier in der nächsten Runde, ne? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Freunde, wir sind die Witch. Wir sind die Witch, ne? Hm. Also hier am Anfang Witchen ist halt schon ein bisschen schwierig, ne? Ich sag euch, wie das ist. Wir gehen jetzt mal gucken. Vielleicht hat jemand einen Download in Records. Hat keiner. Scheiße. Scheiße. Dann ist sie der Trapper, ne? Oder? Oder? Ist sie dann der Trapper? Hallo. Au. Also Smeggy war es nicht. Ich habe mit dem ganz romantisch geduscht. Schon wieder einer weggeputzt. Dalu ist doch ultra frisch. Die Person, die gekittet hat, ist gerade mit dem Flopflop rübergefloppt. Oh nein, das hat man auch gesehen. Oh, den habe ich. Fuck, der ist mir gerade jemand entgegen geflogen. Ja, das Ding ist, Malheuris lag anscheinend schon unten im Gap Room, wo man die Lichter fixen kann. Da lag schon Malheuris. Und oben ist Dalu gerade frisch gekillt worden. Also der Kill ist gerade rübergeflogen. Das war, Faro, es tut mir leid, wenn du das nicht warst, aber im Augenwinkel war das bei mir auf dem Bildschirm blau. Ne, ich bin nicht da oben, ich bin unten. Und das kann Vivi bestätigen. Ich war im Engine Room, bin mit Vivis rechts rüber. Ich bin zu den Kabeln hoch im Engine Room, habe ich davor, Chef, ich habe davor, du bist, aber du bist doch gerade noch im Engine Room gelaufen, oder? Dann bist du einfach blind gewesen. War das, das war jetzt gerade, oder? Weil, wie ist es gerade jemand mit diesen Dingen gegengeflogen? Der Call von Smaggy ist nicht unbedingt richtig. Die Leichen liegen beide schon mindestens 10 Sekunden. Ne, 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 Dalu kann nicht so alt sein. Die beiden Leichen, die beiden Tode sind länger als 10 Sekunden her. Das sind drei Tode insgesamt, ne? Ja, ja. Dann ist alles gut, mal nur was habe ich nicht gesehen. Einer war gecleaned. Einer war gecleaned, ja. Wenn du sagst, der ist jetzt gerade erst gewesen, dann würde ich Jeff rausnehmen, weil Jeff ist jetzt gerade aus Security rausgelaufen. Ja, der Killer ist gerade rüber gefloppt. Also, der ist zum Ende nur rausfinden, der gerade nicht auf diesem Ding draufstehen kann, so. Also, ich pflicht gerade, ist gerade unterwegs mit dem Flugding. Sprich, wenn ihr rausnehmen könnt, dann macht's. Äh, Sakuri, kann es nicht sein, die ist mir gedroppt, äh, die ist mir gecrossed in der Main Hall. Ja, Vivi war gerade auch noch bei mir, ja, ja. Ich bin gerade im Brotlicht, ähm, also Schwarzlicht, meine ich. Ja, ja. Warte, du bist gerade in dem Schwarzlicht? Ja, also, ich mache gerade. Da stehe ich gerade davor. Ich meine, dass du was machst, ich mit Smaggy duschen und dann bin ich dran. Wir haben schon verstanden, wo du bist. Das ist alles gut. Wo ist der Ort nochmal? Ich tagte dir den gleich, Vivi, okay? Der Kuri ist gerade im Brotlicht, du machst Bilder, ja. Wir müssen einfach noch bimmeln, ja. Mach vorher nackt. Wenn du das so sagst, hört sich echt komisch an. Ja, jetzt. Mensch, der Kuri. Klingeling, es geht weiter. Na, wie läuft die Imposterrunde? Ja, ähm, mit Bravour, sehr gut. Berlin, da, 1,20. Vielen Dank für den Follow. Und Benz, auch danke an dich für den Follow. Meine lieben Freunde, ne. Ich weiß nicht, ist sie Cleaner? Ist sie Cleaner? Ich weiß es nicht. Ist sie Cleaner? Ne, ne. Ist wahrscheinlich ein, äh, Bullshower, oder? Oder? So, warte mal. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir einmal, äh, hier irgendwie schnell wenden und dann rüber zur Kitchen. Oh, nein. Wer ist Trapper? Hallo, YouTube. Oh, Shoshi ist tot. Oh, 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 oh. Oh, 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 Shoshi ist tot. Das ist halt doof, ne. Bitte lauf jetzt nicht nach oben, sonst bin ich am Arsch. Oh, 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 oh. Hat er die Leiche gecleant? Hat er die Leiche gefressen? Er hat er nicht. Wer war das? Drei. 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 Von Horror. Das warst du, glaube ich. Aber du hast es wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Du bist dann Downloader reingegangen und Smaggy ist an dir geplatzt. Oder an mir. Aber an mir ist unwahrscheinlich, weil ich habe nur Terse gekreuzt. Das heißt, Terse wäre Warlock. Äh, ne. Aber, ne. Juli auch, Juli auch. Hi, Warlock, yes. Juli und Terse habe ich gekreuzt die Runde. Der ist an dir geplatzt, da, Corinne? Dann bist du in den Downloader reingegangen einfach. Nee, er stand rechts mit dir ja noch zusammen an der Tars und ich bin ja links rüber, habe den Download gemacht und er liegt ein Stück weit da oben, bei den Toiletten, ja, im Gang. Und ich bin gerade eben ja erst vom Gang weg und hoch. Hä, aber das sah bei mir ganz anders aus. Ihr seid, bei mir ist Maggie hochgelaufen und du bist runter, er ist geplatzt und dann bist du in den Downloader ran. Okay. Hm. Also bei mir habt ihr beide gelebt und seid da rechts an die Task gegangen und ich bin an meinen links gegangen und ja. Ja, dann muss das ein ganz widerlicher Desync gewesen sein, weil bei mir standet ihr nicht unten an der Task, sondern oben in diesem Gang drin. Echt? Nee, also ich stehe tatsächlich unten an der Downloader. Ich bin ganz runtergegangen. Ja, das habe ich gesehen, aber da war es Maggie schon tot und dann hast du dich einfach rangestellt in den Task und das hat mich übel verwirrt. Hä? Da bin ich nur oben gelaufen und dann... Das, das, das... Wer ist der Trapper? Ich hätte schon reportet. Ist Vivi der Trapper? Wer hat mich geworloggt? Nee, ich weiß nicht. Übrigens für den Trapper, ich bin die Trap oben gelaufen. Dem bin ich ja noch begegnet. Vivi gar nicht, weil der wollte dich ja eigentlich die Fotokammer zeigen. Ja, ich habe dich nicht gefunden. Oder will sie sich damit jetzt rausnehmen? Terste oder Julie? Aber Terste kann es fast nicht sein. Ich war doch ein Electrical-Water. Als der Killer in Jeff gefallen ist, da ist Terste gerade durch mich durchgelaufen. Ich sag jetzt was. Ich war in der Trap und ich bin die Inno-Rolle. Gut, dann... Ich war es nicht. Ich war in der Trap und war die Inno-Rolle? Okay. Aber dann war es ja doch Faro auf diesem Wubbel-Ding in der letzten Runde. Nee, 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 nee. Ist Vlesk Seher? Er kriegt zwei Worte. Ich glaube, ich liege richtig, aber es ist zu spät, oder? Ist Vlesk Seher? Weil er weiß, wann Jeff gekillt worden ist. Er weiß, wann Jeff gekillt worden ist, dann müsste er eigentlich Seher sein, weil alle anderen Rollen, äh... Alle anderen Rollen kann er eigentlich nicht sein. Kann eigentlich nicht sein. Ist das geil, Alter? Holy shit! Auch in ein weiteres Jahr mit dir herrscht die lächelndes Gesicht mit Herzen. Subschein, vielen Dank. Vielen Dank für den Resub im 23. Monat. The Pet, grüß dich. Das ist auch unlucky. Das ist auch unlucky. Ey, Sneezy, grüß dich. Subschein, danke für 13 Monate Support. So, wir warten jetzt hier ein bisschen. Dann... Das ist auch manchmal... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja. 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 Ja ja ja. Was geht es jetzt? Das war auch sehr gut jetzt. Das war auch sehr gut. Ja. Gute Arbeit haben wir geleistet Kannst du gästen? Ja, ne? Ich kann auch gästen Machen wir jetzt Duell? Nee, ich kann nicht gästen Wir machen einfach Duell, würde ich sagen Wir haben das gut gemacht Das war lustig, ja Das war echt funny Ja, sehr gut Junge Das war echt sehr funny Warte mal, wo kannst du spawnen? Main Hall Ja, okay Ich komm Das war sehr, sehr lustig Was bist du denn für eine Rolle? Ich bin Witch-Gesser, ne? Ich hätte jetzt auch gästen können, theoretisch Hast ja niemanden gewitcht? Ich hab niemanden gewitcht, nee Warte mal, ich hab noch 14 Sekunden Ich hab nur 9 Das war sehr funny Wenn ich aus dem Wende raushüpfe Und dann laufen dann 3 Leute auf mich zu Okay, ich bin ready Ja, ich auch Komm, let's go Oh, super gegenseitig Ja Wenn Joster gewinnt immer Wenn beide sterben GG Echt? GG Ja, ja, klar Aber bei mir steht, dass Vles gewonnen hat Echt? Oh, echt? Dann nehmen wir den Bei mir steht Jackal wins Dann nehmen wir den, Adam 8 Kills Crazy 8 Kills gemacht, ja Ich hab einfach nur reingehalten Die ganze Zeit Weißt du, du springst da raus Und ich denk mir nur so Bringst du ihn jetzt um? Oder war ich schon tot? Ich hab echt überlegt, ob Vivi Trapper ist, ne? Du hast 8 Kills in der 12er Lobby gemacht Aber das war so Zufall Dass ich da wieder entlang gelaufen bin Ey, Vlesk Ich dachte mir Als du da so viel erzählt hast Dachte ich mir so Boah, ich vertrau dem Jungen nicht Und dann seh ich dich bei den Toiletten Und denk mir Fuck, fuck, fuck Ja, das war ich Ja, also das war ne geile Runde, ne? Das war ne geile Runde Ich hab echt überlegt, ob Vivi Trapper ist Weil die da am Anfang Da so viel rumgeruscht ist Aber dann, als sie sagte So an den Trapper die Info Das hat sie halt nur gesagt Um sie rauszunehmen Da hab ich schon überlegt gehabt, ne? Freunde, an der Stelle Hallo YouTube-Kinder Vielen Dank für den Support Lasst mal gerne noch ein kostenloses Abo da Und einen Daumen nach oben Wenn ihr Bock habt Und an alle Leute Die einen Schritt weiter gehen wollen Und noch Bock haben zu supporten Auch vielleicht monetär Wir haben hier unterm Stream Auch ne Kanalmitgliedschaft Für YouTube Ihr könnt da treue Monate sammeln Und habt dann so coole Emotes Für den Kommentarbereich Checkt gerne mal aus Wenn euch das interessiert Das kostet 2,33 Euro pro Monat Ähm, vielleicht hat da ja Einer Interesse dran, ja? Ich küsse euer Herz Tschüssi